Schokolade, nochmal Schoki, Mozartkugeln, Büsse, Tee. Hm, ah ja. Ah ja. Der hat doch locker die Rossmann-App nicht. Denkt Sie im Ernst, ich hätte die Rossmann-App nicht? Dem werde ich es zeigen. Der werde ich es zeigen. Ich frage ihn gleich mal nach dem digitalen Prospekt. Ich zeige ihr gleich mal meine digitale Einkaufsliste. Wenn der wüsste, was er bei der Bonchance schon alles hätte gewinnen können. Wenn die wüsste, was ich alles schon bei der Bonchance gewonnen habe. Aber brechen werde ich ihn mit den 10%-Coupons. Ich habe so viele Coupons aktiviert. Das ist schon fast Diebstahl. Haben Sie... Die Rossmann-App. Bis wann die Bedeutung? Vielen Dank.